Mein Name ist Georg Rolfes und ich veranstalte für den AC Vechta mit einigen Freunden die siebte Süd Oldenburger ADHC Oldtaborelli. Sie startet am 5.05. und 9.31 Uhr in der Stadt Vechta am Markt und wir freuen uns und hoffen natürlich auf gutes Wetter und auf ein gutes Gelingen der Veranstaltung.